so hallo herzlich willkommen zurück immer noch call of duty advanced warfare mit dem jd und dem dommel und diesmal eine runde uplink ja wohl irgendwie neuer modus aus dieses spiel aus dieser spiel die japanen map oder was wir so wie sie in der luft und fliegen und so sieht sehr interessant aus ja ein bisschen eine grafikeinstellung rumgespielt habe ich auch gemacht jetzt geht es bisher gerade ganz gut bis jetzt nicht so viel falls es euch interessiert was wir jetzt ausgemacht haben wir haben dieses komische umgebungsverdeckung und den ganzen scheiß rausgenommen und und dieses irgendwie ruhig dringen von irgendwann kack da und halt hbao plus und so das ist gegner auch scheiße gedacht das wäre einer von mir ich komme gerade voll überhaupt nicht auf die map klar ha 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 so habe ich zumindest mal jemanden getötet download nehmen das ist wieder so klar jetzt wo ich nicht aufnehmen rocke ich sie wieder oh fuck ich bin aus dem lockt gefallen alles klar also da kann man wirklich runterfallen ja super oh lol ja geil hinter mir scheiße so ganz rallig den noch nicht aber den spielmodus aber ansonsten ist alles gut ja wo war der denn der war da irgendwie in der luft schützen und schützen was gibt so einmal einmal da und ok alles klar ich verstehe ok und auch einer entgegen da kamen zwei mehr entgegen ganz schön ich bin erstmal von hinten weggemacht worden das ist natürlich immer oh fuck you asshole die machen uns grad richtig nass wir haben schon dreimal die Drohne hergebracht wir haben die Drohne verloren ich weiß nicht ich mache hier ganz heute nur irgendwelche Typen weg aber die scheiß Drohne kriege ich halt nie ey meine Güte wo springt der denn hin meine Fresse ey was hat der mich noch weggemacht what the fuck ey da ist er denn da ist er denn auf jetzt ja plop mich doch du vollblank vollen Noob ey ja wo ist jetzt kein einziges Mal geschafft Junge wo willst du hin der Ablink ist auf der anderen Seite aber ist ok Gott dammit ey ich krieg grad gar nichts geschissen abartig ja super bei unserem Ablink ey Gott war der Typ dumm ey der ist zu unserem Punkt gelaufen mit der Drohne ey Depp ey und das bestimmt auch angezeigt wo man hin muss ja sicher kriegst du es angezeigt jetzt mal pauschal davon ausgehen aber er ist einfach mal zu unserem Punkt gelaufen der Feind hat die Drohne lol oh das ist so gut so wir haben die Drohne verloren wir haben die Drohne verloren so gib wieder ja super pisst euch ach komm schon scheiße das war auch echt fies dass du hier aus der Map fallen kannst ey boah was zum Teufel wir verlieren diesen Kampf ach ne der Typ war auch nicht kaputt gekriegt ey das ist irgendwie sehr komischer Spiel äh Modus finde ich haben wir jetzt die Drohne? ja 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 hatten aber da die laufen natürlich gut im Team da und arbeiten zusammen wir machen ja gar nichts nicht passiert weißt du das ist ich würde ja mitlaufen aber lol wir kommen runterfahren ja ist mir schon das öfteren passiert naja ist mir auch gerade passiert ja ist öfteren sogar schon ja das öfteren das ist mir bei einer Scheude passiert seitenwechsel ja das bringt es auf jeden Fall Leute ja total die Waffe ist irgendwie interessant ich kann mir nicht vorstellen dass sie wirklich was bringt naja soll schon relativ viel Schaden machen aber auf jetzt schafft die Drohne zur Uplinkstation der Feind hat die Drohne komm mal lol hat er mich gedrollt wo ist der hin? wir haben die Drohne verloren hat der mich schon gedrollt schmeißt du das bei der Drohne zu zum Uplink oder was ne? zum Uplink also nicht zum Schützen ne? zum Uplink zum Schützen ist ja Sinn das ist ja sinngefallen fuck ich bin in den Tod gesprungen oh mein Gott aber ich wollte gerade den Typen schön entkommen weißt du springe aber die Hecke und sehe das ist das äh die falsche Stelle oh ich sag du Noob und spring geradewegs auch gerade da rein der Hammer oh Gott oh lol ey man ich bin doch auch immer am Team das ist verdammt schlau macht ja auch Sinn aber oh ich bist du doch so oder was? brem mal jetzt mal mit dem Typen hier so man will der Lens lang ja jetzt lauf doch er lauf doch zum Ablegen alter wo willst du denn was wo willst du hin? ja das war ja auch einfach jetzt nur selten dumm na Gott ey da fällt mir ja nichts mehr zu ein lol wieso hab ich den nicht kaputt gekriegt alter scheiße was ist denn jetzt die scheiß Drohne? liegt doch hier vorne wir haben die Drohne verloren wir haben die Drohne verloren da wird was getötet ey boah fuck wow da waren aber jetzt ganz viele da war ja nichts mehr durchkommen ey der Typ ist auch gerade reingesprungen ja oh man warum das ist nicht nur mir passiert ey ach ne jetzt bring ich wieder den Tod ey ich hab echt 17 Tode? das gibt's doch gar nicht wie sie lol die Waffe macht einfach mal keinen Schaden das ist unglaublich wir haben die Drohne verloren oh Gott Drohne fallen gelassen hol die Drohne zurück leil wie ich aber auch einfach die Typen nicht totkrieg gerade oh leil ja super die machen es hier halt richtig nass ich töte die auch einfach nicht keine Ahnung warum ich hau den ganzes Magazin in die Birne und sie steht trotzdem noch also ich krab mich nicht mehr rum lol was kann das denn jetzt da ey wir haben die Drohne verloren wir haben die Drohne verloren das ist eigentlich nichts mehr neues hol die Drohne zurück feindliche Drohne online das ist dann auch noch ja bockt man sich ja auch noch schön wir verlieren diesen Kampf ach lol der Feind hat die Drohne ja die machen uns gut zu dem System kein einziges Mal geholt ja ja und äh wie auch premium Mitspieler muss man sagen die Drohne ja die Drohne aah und die drohne sie haben ihn einfach nur noch kann man einfach nur noch lachen drüber mehr kannst du ja es war total easy muss ich auch sagen ich war der letzte kill oder was? nein ich war der letzte kill drohne zurückgekehrt ich meine wir sind immer hin wir sind immer hin zumindest eine kd von null es geht bergauf leute wie immer cut auf das nächste die nächste map kommt dann jetzt so neue runde neues glück immer noch ablink nur auf einer neuen map mit regen sieht aber relativ geil aus der regen und so das wieso diese freundlich schützen dumm oder was steht das schützen ist eindeutig ja genau das kann man mal so machen wenn ich die map kennen würde wüsste ich auch wo ich langlaufen muss boah fuck it geben der scheiß okay boah scheiße waren die zu zweit ja hau mich mal weg 守 Hasen trololololololololol thats beeinflusst fang through So, haben wir die reingehauen? Nö. Verbündete Drohne über uns! Verbündete Drohne über uns. Ah, da ist Map-Ende, okay. Also nicht da runterspringen. Ich habe Verstand. Oh, lol. Drohne erlangt! Lauf, Dommel, lauuf! Ja, lock mich doch, Idiot. Boah. Ach, kurz vorm Ziel. Du kannst die Klasse wechseln, ne? Kurz vorm verschissenem Ziel. Du kannst die Klasse wechseln. Drohne fallen gelassen! Hä? Sicher kann ich die wechseln. Naja. Drohne fallen gelassen! Ich dachte, du sagst gerade, du kannst die nicht wechseln. Deswegen sagte ich, klar kannst du die wechseln. Lol, ich habe den doch voll gegeben! Das kann doch nicht wahr sein. Falschlicher Ablink hergestellt. Und er haut mich noch aus dem Leben raus, ey. Ein Verwündeter hat die Drohne! Lol! Was haben die eigentlich alles für Waffen, Alter? MK. Oh, die sind schon höher. Die KF 5 oder so. Äh, klar. Es ist halt schon höher, gerade schon, denn die Grafik ziemlich... Dropped, äh. Brainwave. Hhh! 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 Ich hab doch auch gedrückt! Wir haben die Drohne! Also gerade frustriert mich das Schwier. Wieso denn oh? Hhh! Hhh! Sagte gerade, ich hab doch auch, ich hab doch O gedrückt! Ne, ich hab auch gedrückt, nicht auch oder O oder so. Noi! Wie kann man denn nicht den Scheiß aktivieren? So, so. Mit Kuh. So, toll. So, toll. Good to know. Nützt mir aber auch momentan nix. Ich lebe gar nicht lang genug, als dass mir das irgendwas nützt. Äh, lol. Wieso hab ich die Scheiß Drohne? Weil die dir einen dazugehoffen hat. Äh, lol. Drohne übergeben. Ach, lol. Kommt doch gar nicht. Ach. Die machen uns gerade ungefähr genauso nass. Arschloch. Wir verlieren. Nein, wirklich. Das ist ein Zufall. Drohne fallen gelassen, Drohne fallen gelassen, Drohne fallen gelassen. Ich hier sind wir gar nicht so drauf gekommen, dass wir verlieren. kann ich mal das immer umbringen richtig fett ausmaule nicht nur das spieler schon wieder echt übelste framework hat aber das geht gar nicht habe ich nicht mehr mehr so nicht immer aber zeitweise immer noch an manchen stellen dann schon zum glück nicht mehr also bei mir zum glück ach du scheiße 2 zu 9 das ist dezent schlecht könnt mir irgendwie so zum teil vorstellen dass das ein modus ist der sich wahrscheinlich besser spielt wenn man eine gruppe hat die man kennt ja ja ich glaube auch zumindest drei vier personen oder so mit dem man sich absprechen kann na also ist das irgendwie so ein bisschen in chaos jetzt hat er geschuldet das problem ist halt auch dass du einfach nicht schießen kannst wenn du die drohne hast das macht's halt nicht angenehm wenn auch immer drei leute auf dich zukommen weil wie viel kugeln braucht er denn um zu sterben und er hat jetzt noch nicht mal das komische perk da an das ist echt zum kotzen manchmal aber wohl das ist jetzt mal hier drüber war ja klar ja super stirb meine fresse das ist natürlich doof es hier musst du auch echt schon richtig wissen wie du die dieses chat pack und so sauber benutzt das ist das einfach richtig kacke ja fanny dass du auch dann noch triffst und so selber von hier aus lol lol von hinten du spaßt jawoll ist der runtergezogen komm her du sau ich habe ich jetzt auch dauerhaft vor allem ich hatte jetzt gerade wieder 90 und jetzt sind es wieder 40 shit 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 verbündete drohne über uns sehr schön boah der feind hat die drohe ah naa warum kommt immer noch einer ist das frustrierende ja mach mich mal in ruhe weg alter hohe leute kacke kacke oh lol pingvorteile wiiiih hat schon wieder der gegner was denn denn unsere jungs lol er kann doch gerade noch um die ecke gelaufen ich habe mich einfach weg ja das sieht so aus leider nein er messer hat mich von hinten ich krieg die aber auch einfach nicht tot das ist unglaublich was oh lol lol wir führen unsere drohne ist online wir haben die drohne verloren nein drohne zurückgekehrt und die drohne zurück der darf jetzt nicht durchkommen alter und auch noch alter das war eine aufholjagd das war ein knapper sieg zumindest haben wir in der zweiten runde einmal gewonnen immerhin ja bis jetzt naja ja darum ging es ja jetzt auch nicht so ne kein kommentar leute weiter geht es in der nächsten folge über euch machts gut ciao im live